Was für du Spaß man, ich hab doch Arme mal in der Hand man! Nein, bist du dumm? Ey Leute, was geht? Digga, hör mal vor der Aufwacht man Saus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video! Saus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video! Ja Leute, der Film wollte mich pranken und er hat es leider nicht geschafft und jetzt gibt es Rache. Er ist gerade am schlafen Leute und Leute, Leute, chillt mal. Bevor ihr alle sagt, oh mein Gott, was machst du da? Er wollte sich die Haare sowieso nächste Woche etwas kürzer schneiden, deswegen helfe ich ihm jetzt einfach. Nehmt ihr Schnaufe? Jetzt sind so... Leute, es geht los! Und ey, bevor wir bei Phil sind, drückst du diesen Knopf hier. Guck, hier den. Dann geht Licht um. Ja. Gewicht? Okay. Leute! Es geht los! Ach ja, aber falls ihr euch fragt, warum eine Schere? Wir haben kein Rasierdingster. Mal ist das! 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 Die Schere funktioniert nicht voll schlussig! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, tschüss, 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 hey, ja, tschüss, die Tür geht kaputt, wir haben es abgeschnitten, man, es war nur Spaß, ey, was für nur Spaß, man, ich hab doch alle bei der Hand, man, nein, bist du dumm, Phil, warte, Digga, chill mal, das war nur Spaß, das war nur Spaß, das sieht ja gerade so ernst aus, der hat von Unruhig geschlafen, hä, der hat von Unruhig geschlafen, ja, man, das war zu früh, Digga, lass nachher nochmal machen, nein, man, ich mach gar nichts mehr, tschüss, Leute, der hätte wieder ausgerastet ist, ich hab grad voll Herzrasen, der meinte zu mir letzte Woche, ich will mir die Haare schneiden und jetzt rastet er so voll aus, ey, so, Digga, bist du bekloppt oder was, oha, der ist vor der Tür, Digga, warte, zeig mal kurz, ich hab extra nichts weggemacht, ich wollte nur ein kleines bisschen wegmachen, zeig mal, du bist zu spät, nein, zeig mal, guck, ist fast gar nichts weg, Digga, Digga, die Hälfte liegt in meinem Bett, guck doch mal mit dem Bett nach, also, zeig mal, warte, drehe ich mal, Alter, Mann, da ist noch alles dran, Alter, chill mal, dein Lager, da ist doch gar nichts, da ist nichts, Alter, nur an den Spitzen ein bisschen abgeladen, ja, an den Spitzen ein bisschen abgeladen, Dinger sind halt trotzdem, chill, Bro, guck mal, wie lange die sind, ich will heute dir einen Gefallen tun, erzähl mal, willst du noch was sagen, Digga, was soll ich sagen, irgendwas, Herratsch, beste Friseur, Herratsch, beste Friseur, so, Leute, das hat gerade nicht so ganz funktioniert, und ich hab mir überlegt, ich warte jetzt, bis er nochmal schlafen geht, und in so circa eine Stunde versuchen wir es einfach noch einmal, so, Leute, jetzt ist gut zwei Stunden um, und jetzt versuchen wir es einfach noch einmal, Leute, ich hab so Angst, Leute, ich hab so Angst, zu bezachten streichen, und jetzt versuchen wir es einfach noch einmal, dass wir es einfach noch einmal, ich hab so Angst, dass wir uns nicht länger schlafen können, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020